Hallo, ich bin Fabio Zurlo von Italian Farm Equipment und heute sind wir in Mitte Italien in der Nähe von Perugia, spezifisch in Città di Castello bei der Firma B&G. Die Firma wurde im Jahr 1979 gegründet und heute sind wir mit den beiden Geschäftsführern Herr Emilio, der Vater, und Fabio Braganti, der Sohn. Die Firma B&G hat dieses spezifische Mulchgerät herstellt, das als technische Neuigkeit bei der EMA-Messe in Bologna ausgezeichnet wurde. Und dieses Mulchgerät ist spezifisch entwickelt für Tropfleitungssysteme. Diese Maschine hat nicht nur die Y-Messe, sondern auch zwei Roller, die sind entwickelt, um die Tropfleitungen nicht zu beschädigen. Dieses System ist patentangemeldet, also man kann nicht kopieren. Das ist die einzige Firma in Italien, die dieses System entwickelt hat. Die maximale Streckung dieser Maschine vom Traktorzentrum ist 4 Meter und die maximale Schnitthöhe ist 6 Zentimeter. Es gibt verschiedene Schnittkupfer von mindestens 60 Zentimeter bis 1,20 Meter. Man kann diese Maschine in vorne des Traktors montieren, durch eine Dreipunktekupplung oder durch einen spezifischen Rahmen, die wird nach der Art des Traktors hergestellt. Als wir sehen können, diese Maschine kann durch ein Hebelsystem oder durch ein Joystick betrieben werden. Das ist das Herz der Maschine. Wir haben Ölkühlsystem, wir haben Öltanke und eine Trippelpumpe, um all dieses System zu betrieben. Das ist das Herz der Maschine. Die Firma B&G macht nicht nur Mulchgeräte, sondern auch Schnittstangen. BGP 3000 ist eine Schnittstange mit einem Doppelklinge-System und macht einen perfekten Schnitt, sehr klar wie eine Schere. Dieses System wurde von der Firma BGP entwickelt und ist weltweit patentiert. Der wichtigste Vorteil dieses System ist, dass wir keine Sägemahle machen. Auf diese Weise ist es möglich, es zu vermeiden, die Pflanzenkrankheiten auszubreiten. Der maximale Durchmesser, das wir schneiden können, ist bis 9 Zentimeter. Diese Schnittstange wird natürlich für Traktoren entwickelt, aber wir können auch mit Telehandler oder Geländestapler montieren. Diese Maschine kann man nicht nur bei Obstgarten, sondern auch bei Straßenwartungen benutzen. Vielen Dank, ich bin Fabio Zurlo und das ist Italian Farm Equipment bei der Firma B&G. Vielen Dank, ich bin Fabio Zurlo.